ein bisschen wie drei fahren und hinsetzen geht gar nicht auch wenn der körper will da weißt du dass du noch lebst nur das wenigstens kipp was ein ausblick ich muss nach hinten schieben versuchen dadurch dass der körper kaputt ist machen wir die hinteren feder vielleicht noch ab schiebt sie noch zum aussehen ist ja egal das habe ich mit strumpfband gibt es auch mal so Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.